Hallo und herzlich willkommen zur Race Review zum ersten Miami Grand Prix der Formel 1 Geschichte und ja, wir haben ein bisschen anderes Rennen gesehen, als vorher erwartet wurde. Gerade mit den langen Geraden hatten wir ja vermutet, dass es sehr, sehr viele Überholmanöver geben könnte. Das war ehrlicherweise gar nicht so doll der Fall, deswegen habe ich ja auch gemerkt, dass vielen von euch der Grand Prix anscheinend nicht so gut gefallen hat. Ich fand den trotzdem nicht allzu verkehrt und konnte in gewisserlei Hinsicht trotzdem einiges abgewinnen. Zum Beispiel auch eben dadurch, dass der Asphalt neben der Ideallinie sehr, sehr rutschig war, da kaum Grip war, hat man eben die Situation gehabt, dass viele, selbst die starken Fahrer zum Teil, Fahrfehler gemacht haben, die ihnen direkt auch Plätze gekostet haben. Sowas finde ich immer eigentlich ganz cool, war aber auch nicht gleich so, dass es so doll bestraft wurde, dass da gleich dann die Wand war und gleich das Rennen vorbei war. Nee, man hat teilweise dann durch einmal verbremsen ein, zwei Positionen verloren, aber dann konnte man auch das Rennen wieder aufnehmen. Wir hatten am Ende natürlich ein bisschen Drama durch das Safety Car und den einzigen, ja, wirklich größeren Unfall, den es gab, obwohl es ein paar Berührungen im ganzen Rennen gab. Ja, das Safety Car hat natürlich alles so ein bisschen durcheinandergewürfelt, hat natürlich vor allem George Russell sehr, sehr geholfen, der am Ende des Tages natürlich ein sehr, sehr starkes Rennen gemacht hat, von zwölf gestartet und dann noch sehr, sehr weit nach vorne gekommen. Aber muss man sagen, Russell aktuell wahrscheinlich der Fahrer, der am meisten Glück mit den Safety Car Entscheidungen in der Saison hatte. Aber, ja, das kann man ihm ja auch nicht vorwerfen. Einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und, ja, wir starten mal rein in den Recap, gehen einfach mal die großen Ereignisse durch. Und da müssen wir beim Start natürlich vor allem erstmal über Aston Martin reden, die einen katastrophalen Fehler vorm Start gemacht haben. Ich weiß nicht genau, was da genau passiert ist, aber anscheinend haben sie den Sprit, den Kraftstoff zu stark runtergekühlt, also zu kalt in den Tank eingefüllt, was ein sehr, sehr merkwürdiger Fehler ist. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich sowas jemals gehört habe. Und dementsprechend mussten beide Autos aus der Boxengasse starten, was, ja, natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, wenn man zum Beispiel einen Stall auf Platz 10 zu stehen hat. Ja, weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Das muss dringend untersucht werden, wie das dazu kommen konnte. Das darf natürlich absolut gar nicht passieren, da ich denke mal gerade auch Lowenstow mit seinen Ansprüchen wird das gar nicht geschmeckt haben. Aber, ja, die auf jeden Fall aus der Box startend. Deswegen war das Starterfeld, ja, etwas leerer. Abgesehen davon musste Guan Yu Zhou noch sehr, sehr früh im Rennen aufgeben. Das, ehrlich gesagt, habe ich das zwischenzeitlich gar nicht so richtig mitbekommen. Die, man muss eh sagen, die, ja, TV-Kameraführung, die Schnittführung war bei dem Rennwochenende ehrlicherweise nicht ganz optimal. Da hat man teilweise so leichte Monaco-Flashbacks sogar gehabt. Die hatten nicht den besten Tag. Teilweise wurden selbst im Schlusskampf irgendwie, ja, eine halbe Minute lang auf die Fans gezeigt, anstatt einen, ja, potenziell engen Kampf zwischen Verstappen und Leclerc vorne an der Spitze. War, wie gesagt, nicht ganz optimal. Aber, ja, da auf jeden Fall natürlich auch ein, ja, sehr bitterer Start für Guan Yu Zhou in das Rennen, beziehungsweise eben auch das Ende dann des Rennens. Ja, beim Start ist so ein bisschen das passiert, was wir fast schon erwartet haben. Verstappen ist ja auf Platz 3 gestartet hinter den beiden Ferraris und konnte direkt am Start mit einem, ja, besseren Start, mit mehr Grip einfach auf der Ideallinie direkt mal an Seins vorbeigingen, der eben auf dieser dreckigen, in der Geschichte Linie starten musste, wo eben, ja, nicht viele Autos normalerweise langfahren und dementsprechend kaum Gummi liegt. Das ist immer ein Nachteil. Und gerade bei der Strecke war es ja jetzt so, dass da dieser Asphalt irgendwie, ja, neu gemacht wurde, eh schon, ja, sehr rau war und dann wurde der ja vor dem Renntag auch nochmal mit irgendwelchen Wasserhochdruckreinigern anscheinend, ja, quasi künstlich, ja, älter gemacht, was aber irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Da hat man wohl irgendwie ein bisschen Fehler gemacht und den Beton da sogar etwas rissig gemacht. Das musste vor den Trainings teilweise schon ausgebessert werden. Ja, war natürlich dann nicht optimal, hat aber eben dafür gesorgt, dass nur die Ideallinie eben sehr viel Grip hatte. Und, ähm, das war so Fluch und Segen zugleich. Man hat halt diese Fahrfehler dadurch gehabt. Ähm, auf der anderen Seite hat das natürlich dem Überholen nicht gerade gut getan. Und, ähm, ja, man hat auch gesehen, dass natürlich, ähm, ja, zum Anfang des Rennens war es noch ganz gut zu überholen, aber als sich dann nach ein paar Runden der DHS-Train entwickelt hat, da ging dann nicht mehr allzu viel. Wir hatten ein richtig, richtig schönes Manöver von Vettel vorbei an einem Williams, war es, glaube ich, in der langsamen Sektion. Ansonsten, ähm, ja, relativ kurz nach dem Startrunde 8 ist Verstappen mit DHS direkt auf Startziel an Leclerc vorbeigegangen, der dann aber dem Topspeed vom Red Bull danach nichts mehr abgewinnen konnte. Der konnte zwar in den Kurven, ja, Ferrari typisch, sehr nah dranbleiben, aber kam halt eben nicht vorbei. Und irgendwann sind da wahrscheinlich auch die Reifen überhitzt und der musste abreißen lassen. Ähm, das war eh so ein gewisses Thema. Die Red Bulls waren deutlich, deutlich schneller auf der Geraden. Verstappen konnte sich da ohne große Probleme auch gegen die Ferraris mit DHS wehren, was natürlich auch eine Folge dessen ist, dass in Miami ja mit relativ kleinen, beziehungsweise flachen Flügeln gefahren wurde. So ein bisschen wie man den Monster kennt. Ähm, und da ist ja der DHS-Effekt auch gar nicht so groß dann mehr. Ja, äh, beim Start hat's die beiden Mercedes gar nicht so gut erwischt. Äh, Hamilton hat da am Start zwei Plätze verloren. Russell, der eh schon ziemlich weit hinten stand, hat sogar drei Plätze verloren. Also, ähm, allein wenn man das dann in Betracht zieht, ist, ja, das Endresultat umso besser für ihn. Wenn auch, wie gesagt, mit, äh, ja, irgendwo ziemlichem Timing-Glück. Ähm, Alonso dagegen hatte einen sehr, sehr guten Start. Der ist gleich mal vorgefahren auf Platz sieben, hat vier Plätze gut gemacht, hatte danach aber einen kleinen Kontakt mit Rad auf Rad, ähm, mit Hamilton. Da war er ein bisschen übermotiviert. Ich muss ehrlich sagen, der Start war super, aber danach ist das Rennen für Alonso so ein bisschen den Bach runtergegangen. Es waren einige sehr ambitionierte Manöver, die er gefahren hat. Ähm, da war einiges mit der Brechstange, war hier und da wirklich ein bisschen drüber. Gerade die Aktionen gegen Gasly natürlich auch, ähm, wofür er dann später ja auch die Fünf-Sekunden-Strafe bekommen hat. Als er da auf der Start C geraten, ähm, ja, sehr, sehr spät gebremst hat und Gasly da, naja, ziemlich abgeräumt hat. Ähm, konnten aber beide weiterfahren. Aber, ja, hat natürlich Gasly's Rennen, ähm, ja, auch ziemlich beeinträchtigt, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, was auch ein bisschen beeinträchtigt war, war natürlich die Reifenstrategie. In dieser Saison haben wir ja jetzt die neue Regelung, dass jeder in der Startaufstellung freie Reifenwahl hat. Und das führt eben bei den meisten Rennen, wie jetzt hier eben auch dazu, dass fast das ganze Feld auf derselben Strategie fährt. Das sind 15 Autos auf Mediums gestartet, nur fünf relativ weit hinten sind auf den Harz gestartet. Ich glaube, Russell war einer von denen. Ähm, aber, ähm, es ist... Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, aber ich finde irgendwie, das ist eigentlich nicht ganz so cool, weil, ähm, natürlich dadurch so ein bisschen die Spannung mit den unterschiedlichen Strategien verloren geht. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Schreibt ja gerne mal in die Kommentare, äh, welche Regelung ihr es, äh, besser findet. Aber, ähm, ich finde es an sich ein bisschen, ja, langweilig, äh, wenn zum Beispiel an einem Rennwochenende dann, weil beim Rennen die roten Reifen überhaupt kein Thema sind. Was ja jetzt so war, bis auf ein ganz paar Teams hinten, die halt nochmal kurz vor Schluss reingegangen sind und irgendwas versucht haben. Aber ansonsten war die Sache klar, Mediums auf hart, ähm, oder in wenigen Fällen umgekehrt. Und dann war's das. Ja, nimmt so ein bisschen dieses taktische System raus. Das hatte ich ja auch schon in dem Ankündigungsvideo dazu, oder Newsvideo dazu mal gesagt, dass ich da ein bisschen Bedenken habe. Und, ah, ich weiß nicht, es ist... Ich bin da nicht so ein Riesenfreund von. Ja, gehen wir weiter. Die Boxenstops wurden in Runde 12 von Sunoda, ähm, ja, eröffnet, der sehr, sehr früh auf hart gegangen ist. Auch Magnussen wurde früh reingeholt. Ein paar Runden, bevor Schumacher bei Haas reingeholt wurde. Über den müssen wir nachher natürlich auch noch reden über die Aktion. Aber das war relativ interessant, weil dadurch hat Haas mit Magnussen quasi einen teaminternen Undercut gefahren, was irgendwie sehr merkwürdig war. An diesem Rennwochenende muss man nämlich wirklich mal sagen, dass Schumacher über weite Stellen der etwas bessere Haas-Pilot war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er Magnussen dominiert hat. Magnussen war schon immer noch in der Nähe, aber Schumacher hat ihm qualified, auch, naja, wenn man sagen muss, im Endeffekt ist es nur ein Platz. Aber er ist immerhin ins nächste Segment gekommen. Mit ein bisschen Glück oder ein bisschen besserem Timing hätte er vielleicht noch ein, zwei Plätze da mehr holen können. Aber, ja, die Strategieentscheidung von Haas war ein bisschen merkwürdig, obwohl man auch sagen muss, Magnussen hatte ein ziemlich durchwachsenes Rennen. Der war einige Male off-track, hatte allgemein, ja, irgendwie ein sehr ereignisreiches Rennen. War da öfter mal mittendrin im Gewusel. Ja, war nicht ganz optimal. Genauso wie der Stopp von Alonso, der mit 5,7 Sekunden wohl der schlechteste Stopp am Wochenende war, da Alpine mal wieder nicht so positiv aufgefallen. Genauso wie die Motorenleistung vom ehemaligen Honda, jetzt ja Red Bull Motor bei Sergio Perez in Runde 20, hat er nämlich einen Leistungsverlust gemeldet. War erst mal relativ merkwürdig, weil er meinte nämlich am Punkt zu seinem Renningenieur, dass er keine Leistung mehr hat. Und der Renningenieur hat das erst mal gar nicht so richtig für voll genommen, hat man so den Anschein gehabt. Er meinte, naja, es liegt daran, dass er nicht mehr im Windschatten von Seins ist. Aber man hat dann doch deutlich gesehen, dass Perez Leistung verloren hat. Der hat in einer Runde irgendwie drei, vier Sekunden verloren, bis es dann irgendwann wieder ging. Nach, ich meine, so zwei, drei Runden war es dann wieder ein bisschen stabiler. Aber er war merkwürdig, ich habe schon ehrlich gesagt mit einem Ausfall gerechnet. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass er danach bei 100% Leistung war. Aber er konnte damit danach immerhin wieder konstant die Zeiten von Seins ungefähr mitgehen. Nochmal, ja, ich würde sagen Schadensregulierung, Schadensbegrenzung, wie da angesagt war. Ja, Leclerc hat dann auf jeden Fall gesagt, dass sein Auto schwer zu fahren sei auf den alten Reifen. Das hat man ja schon öfter gehört. Und dementsprechend sind von Runde 25 bis 27 vorne dann die vier Spitzenpiloten alle nacheinander an der Box gewesen. Beziehungsweise Seins und Perez waren gleichzeitig. Da ist aber auch aufgefallen, dass Red Bull nach wie vor die deutlich besseren Stops macht. Also die haben da den Ferraris jeweils ungefähr eine Sekunde abgenommen im direkten Duell. Da muss Ferrari sich wahrscheinlich auf die Saison gesehen noch ein bisschen steigern, wenn sie da wirklich mithalten wollen. Weil Red Bull da nach wie vor ungeschlagen das beste Team ist, was Boxestops angeht. Also da sitzt eigentlich jeder Stop selten, dass man da wirklich Fehler sieht. Ja, dann hatten wir zwei Off-Tracks. Einmal von Magnus uns schon angesprochen. Einmal von Vettel. Da ist dann einmal Norris vorbeigeschlüpft. Das hat sich so durchs Rennen gezogen, dass immer mal wieder gerade im Mittelfeld die Leute in der Dirty Air dann doch mal von der Strecke runtergerutscht sind. Und dann eben gleich ein, zwei Plätze verloren haben. Russell hat währenddessen eben die Entscheidung getroffen, sehr, sehr lange draußen zu bleiben. Da hat eben das Team wohl gefragt, was sie machen wollen. Und Russell hat eben gesagt, er möchte, dass sie draufsetzen, dass ein Safety Car kommt. Und dieser Wund wurde ihm ja wenig später auch erfüllt. Zu dem Zeitpunkt, muss man aber sagen, war vorne die Sache eigentlich relativ klar. Verstappen hatte ungefähr acht Sekunden Vorsprung vor Leclerc. Dahinter 16 Sekunden sein Teamkollege Sainz. Und der hatte nochmal sieben Sekunden auf Paris. Da war eigentlich alles durch. Es wirkte wie ein relativ langweiliger Grand Prix. Doch dann wurde es doch mal ein bisschen spannender. In Runde 39 gab es diese Livebomb von Alonso, der quasi das so ein bisschen Eröffnung hat. Und in Runde 41 gab es den Unfall zwischen Norris und Gasly. Es war ein merkwürdiger Unfall, muss man sagen. Erstmal ist Gasly durch einen Fahrfehler von der Strecke gerutscht, ist dann zurückgekommen. Das hatte aber mit dem Unfall an sich nichts zu tun. Die sind dann beide auf diese Gerade gefahren, die natürlich keine Gerade ist, sondern es ist an sich eine Kurve, die aber komplett Vollspeed geht. Und ja, man kann da viel Schuld zuweisen. Unterm Strich würde ich sagen, ist es ein Rennunfall. Vielleicht ein ganz bisschen mehr Schuld bei Norris, weil er meiner Meinung nach ein bisschen mehr Platz gehabt hätte. Ja, es war irgendwie einfach ein blöder Unfall. Die beiden haben sich einfach, sind zu dicht aneinander vorbeigefahren, haben sich relativ leicht berührt. Aber es hat natürlich bei den Geschwindigkeiten gereicht, dass gleich der Reifen von der Felge bei Norris runtergerutscht ist. Der dreht sich, ist zum Glück nicht hart eingeschlagen. Aber ja, das Rennen war natürlich für ihn beendet. Dann gab es erst das Virtuelle Safety Car, währenddessen Russell reingegangen ist, für den das natürlich der absolute Segen war. Und danach wurde, wie so üblich in dieser Saison, auf ein richtiges Safety Car umgestellt. Und da war ganz interessant, dass Serge Peres ist als einziger von den vier Spitzenpiloten vorhin auch nochmal in die Box gegangen. Der hat sich frische gelbe Reifen geholt und kam gerade so von Magnussen raus. Das war richtig, richtig knapp. Aber ja, da hat man bei Red Bull einen guten Job gemacht, dass man das richtig gerechnet hat. Beziehungsweise auch da beim Stopp da auch wieder abgeliefert hat. Hat sich da einen Reifenvorteil geholt. Auch wenn man sagen muss, ich glaube wegen der Motorleistung wahrscheinlich auch, war da nicht mehr drin. Ich denke mal, hätte er komplette Motorleistung gehabt, hätte er wahrscheinlich seins noch bekommen. Seins hat dann beim Restart, den es ein paar Runden darauf gab, ja auch eine sehr, sehr große Lücke gelassen. Hatte ein bisschen Reespin, kam nicht gut weg und Peres hat direkt angegriffen. Da hat man aber gesehen, dass es im letzten Moment dran gescheitert hat. Ja, war nicht so eine komplette Leistung da. Und vorne hat sich aber trotzdem nochmal alles ein bisschen zugespitzt. Denn Leclerc konnte lange Zeit an Verstappen nach dem Restart dranbleiben. Und das war immer ganz schön zu sehen, dass die Leclerc mit DHS fast auf einem Level bei der Topgeschwindigkeit war wie Verstappen. Aber eben in den Kurven sehr nah dranbleiben kann, auch in der Dirty Air. Das ist halt wirklich die Stärke vom Ferrari in dieser Saison. War nochmal relativ interessant, auch wenn man sagen muss, zu so einem richtigen Angriff kam es nicht. Das war dann eher ein bisschen weiter hinten. Auf den Plätzen 5 und 6 wurde Mercedes intern richtig hart gefeitet. Die beiden haben erst von einem Fahrfehler von Bottas in der Spitzkehre profitiert, der dann auf Platz 7 zurückgefallen ist. Aber danach war es teilweise mehrfach in der Runde, dass die Reihenfolge sich zwischen Russell und Hamilton geändert hat. Das hat man immer links in der Grafik gesehen. Leider hat das Fernsehen das nicht immer dann auch gezeigt. Die Weltregie war leider wirklich nicht so ganz so toll. In Runde 52 hat dann Paris nochmal alles probiert. Hat die Divebomb, wenn man so möchte, ausgepackt. Hat dann immer im letzten Moment doch noch zurückgezogen und das nicht in Science reingequashed. Das war aber relativ knapp. In Runde 54 hatten wir dann aber nochmal einen Unfall und der betraf leider, leider die beiden Deutschen. Mick Schumacher, der in den Punkten gewesen wäre, hat eine Berührung mit Vettel gehabt, der auch in die Punkte vorgekommen ist aus der Box startend. Bis dahin echt ein ziemlich gutes Rennen gehabt, auf jeden Fall für Best-Martin-Verhältnisse. Wir hatten beide einen relativ größeren Crash, weil Mick Schumacher eben Vettel mit seinem Vorderrad komplett an seinem Hinterrad bzw. Side-Pod berührt hat und Vettel da richtig so ein bisschen abgehoben ist. Das ist ja natürlich denkbar unglücklich. Ja, es ist auch so ein leicht drittiger Vorfall. Man kann natürlich sagen, Racing-Incident. Ich würde tatsächlich sagen, dass es eher ein bisschen aufs Konto von Mick Schumacher geht. Der war halt sehr, sehr spät auf der Bremse. Vettel hat ihn nicht gesehen, dachte, dass es seine Kurve zieht dementsprechend halt zu, weil da die Ideallinie hingeht. Und Mick war halt schon sehr, sehr weit hinten. Der war noch nicht so richtig auf gleicher Höhe. Deswegen würde ich schon sagen, dass das leider Gottes auf das Konto von Mick geht. Ja, gut. In der Saison ist es nicht der erste Unfall, muss man sagen. Man muss auch Mick Schumacher dafür kritisieren, auf jeden Fall, dass er in der Saison das Auto leider sehr häufig kaputt macht. Das auf jeden Fall. Ich würde aber trotzdem jetzt nicht so weit gehen und alles deswegen schwarz malen. Der war auf dem Weg, seine ersten Punkte in der Saison einzusacken. Und sagen, klar, ist es nicht gut, dass er es nicht gemacht hat. Und es ist auch nicht gut, dass er einer der wenigen Fahrer in dieser Saison ist, die noch nicht gepunktet haben. Das muss man ihm ganz klar ankreiden. Aber ich denke trotzdem, dass er in den nächsten Rennen weiterhin ein Aufwärtstrend zu erkennen sein wird. Und ja, also es ist ja bei Mick Schumacher eigentlich immer so, wenn er in ein neues Auto gesetzt wird, dann braucht er ein Jahr und im zweiten Jahr läuft es dann richtig. Und klar, ist er jetzt schon länger in der Formel 1, natürlich. Aber im Endeffekt ist es jetzt ja wieder ein komplett neues Auto. Und ich würde ihm da schon noch ein bisschen Zeit geben. Ich meine, er ist immer noch sehr, sehr jung. Und andere junge Fahrer machen nun mal auch Fehler. Das ist ganz normal. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ich kann verstehen, wenn man frustriert ist. Mich ärgert es persönlich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke mal trotzdem, dass es in Zukunft was wird. Und dieses Wochenende war unterm Strich trotzdem ein Aufwärtstrend bei ihm. Denn er war auch im Rennen eigentlich die meiste Zeit vor Markdussen. Mal abgesehen von diesem komischen Undercut vom Haas-Team. Ja, aber dementsprechend haben wir das Endresultat. Verstappen gewinnt den ersten Miami Grand Prix mit der schnellsten Runde, holt sich hier die maximale Punktzahl. Zweiter wird Leclerc von seinem Teamkollegen Sainz. Perez holt sich immerhin noch den vierten Platz. Dahinter die beiden Mercedes, die, wie gesagt, die letzten Runden sehr, sehr stark gebettelt haben. Russell schlägt hier Hamilton mit den am Ende natürlich frischeren Reifen und sehr viel Glück mit dem Safety Car, muss man sagen. Trotzdem von 12 auf 5, vor allem mit einem schlechten Start, natürlich ein super Ergebnis auch wieder für Russell. Bottas fährt einen soliden siebten Platz ein. Daran gewöhnt man sich ja langsam, muss man wirklich sagen. In seinem Alfa Romeo macht der einen super Job. Ocon auf Platz 8. Albon wieder in den Punkten mitten Williams. Super, super starke Leistung. Die roten Haare, das Ritual jetzt, mit dem er immer in die Punkte fährt, wird wahrscheinlich in den nächsten Rennen dann auch weitergeführt. Wirklich stark. Genauso wie Lance Doyle auch wieder in den Punkten ist. Auf Platz 10. Das Rennergebnis war eigentlich noch ein bisschen anders. Da hat sich natürlich noch was verschoben. Alonso auf Platz 11 mit der 5-Sekunden-Strafe, die er für das Manöver gegen Gasly bekommen hat. Dementsprechend da ein bisschen Verschiebung. Zu Noda auf Platz 12. Ja, Alfa Tauri hatte ein bisschen merkwürdiges Wochenende, muss man wirklich sagen. Da ging es viel rauf und runter, aber irgendwie lief es im Rennen nicht so gut. Also auch für Gasly da mit der Kollision natürlich. Genauso wie für McLaren Ricciardo auf Platz 13. Norris natürlich im Unfall ausgeschieden. 14. wird Latifi, der mal wieder zumindest im Rennen absolut gar keine Chance gegen Albon hatte. Im Qualifying sah es doch ganz gut aus. 15. und damit letzter, der ins Ziel gekommen ist, ist Schumacher mit dem lädierten Auto. Und da gab es fünf Autos, die aufgeben mussten. Das war Mark Dussens, Vettel, Gasly, Norris und Guan Yu Zhou. Ja, insgesamt, wie gesagt, merkwürdiges Rennen. Etwas anders als erwartet. Es war auf jeden Fall eine große Show. Da kann man natürlich sagen, man mag es, oder man mag es überhaupt nicht. Natürlich die Polizei-Escorter für den Sieger, die Football-Helme und so. Ich persönlich, ich meine, ich bin ja auch Nesca-Fan, fand es nicht schlecht, dass man so ein bisschen diesen amerikanischen Kult da mit reingebracht hat. In Cota hat man das jetzt ja nicht so krass. Da hat man natürlich die Cowboy-Hüte, aber das war es dann eigentlich ja auch. Man kann es auch nicht mögen. Ich glaube, darauf kommt es im Endeffekt nicht an. Ansonsten natürlich noch ein Wochenende, wo wir viel über Schmuck-Diskussionen und über Fahrerunterhosen geredet haben. Ja, irgendwie ein leidiges Thema, was irgendwie auch sehr unnötig ist, meiner Meinung nach. Aber gut, Regeln sind irgendwo schon Regeln. Aber naja, mal schauen, wie das in den nächsten Rennen weitergeht. Ansonsten, ja, positiv sind auf jeden Fall am Ende des Tages natürlich Verstappen, der hier wieder einen Sieg holen kann. Irgendwo auch Red Bull, die hier zumindest durchgehalten haben, wenn auch angeschlagen. Mercedes mit so einem kleinen Comeback, auf jeden Fall in einem Schritt in die richtige Richtung. Jetzt wieder mal das beste Mercedes-Motoren-Team gewesen, war ja in den letzten Rennen nicht immer der Fall. Russell, ja, muss man loben für den Strategie-Gamble, der aufgegangen ist. Wäre nicht aufgegangen, würden wir wahrscheinlich darüber reden, dass es eine schlechte Entscheidung war. Aber ja, so ist es eben. Und vor allem Albon. Also wieder zwei Pünktchen mit seinem Williams mitgenommen. Was will man da eigentlich mehr? Ja, negativ aufgefallen sind dann hier eher McLaren, für die das Rennen eher ein Schritt in die schlechtere Richtung war, nachdem es davor eigentlich ganz gut lief. Hatten das ganze Rennenwochenende über Probleme. Zum Beispiel in Q2 hatten sie Probleme bei Ricciardo mit dem Starter-Motor. Deswegen konnte er nur einen sehr, sehr späten Run fahren. Und ja, ist dadurch schon sehr, sehr weit hinten im Verkehr gestartet. Dementsprechend im Rennen auch nichts. Noah ist gecrashed, aber auch nicht so in aussichtsreicher Position. Also das war nichts. Genauso wie natürlich das abschließende Manöver von Schumacher, obwohl, wie gesagt, der Rest eigentlich nicht so schlecht war. Und Kevin Markdusen, der heute auch in sehr, sehr vielen Inzidenz, sehr vielen Unfällen oder Nicklichkeiten irgendwie involviert war. Hatte auch auf jeden Fall kein so richtig cleanes Rennen. Alonso noch, der vielleicht hier und da ein bisschen übermotiviert war. Davor hatte ich Alpin noch so ein bisschen als positiv dastehend. Aber jetzt, wo dann doch nur noch ein Auto so in den Punkten ist, ja, würde ich das eher so neutral sehen. Also ja, schreibt mir aber gern mal in die Kommentare, was ihr zum Grand Prix meint. Ob er euch trotzdem gefallen hat oder ob ihr eher enttäuscht wurdet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Bis dahin, haut rein und ciao.